Es ist der 16. April und ich bin von der Ostküste ein wenig ins Landesinnere gefahren, gar nicht weit. Und es erinnert mich ein wenig an den Westen von Australien, einfach wieder mehr Platz und es ist einfach ein Traum. Ich empfehle jedem, der an der Ostküste reist, ein bisschen ins Landesinnere noch zu fahren. Einfach zu erleben, eine Kieselstrasse zu wählen und dann einfach mehr als eine Stunde fahren ohne jemanden zu kreuzieren. Das findest du halt in Europa nicht. Es ist einfach vorhin gerade eine Träne verdrückt, weil es einfach so ein schönes Gefühl ist. Und es gibt irgendwie so ein... einfach das Gefühl von Frieden und Freiheit. Wunderschön. Ja, ähm, jetzt geniesse ich da die Fahrt wieder ein wenig weg vom Glück, also ein wenig weg von den Leuten. Ich geniesse es gerade mit den angenehmen 25 Grad und ähm, ja. Adieu, bis zum nächsten Mal. So, die Frage. So,timegeist- Гдеung? Und es geht uns richtig los, ob irgendwo der Schmerzen, weiter und dahin oder vielleichtenssgeistbar mit dem mach. So, wie das denn? So, der Schmerzen wir uns schon mal zu genießen.